Es ist genau 22 Uhr im KISS Tower. Du gehörst 98.8 KISS FM und in den nächsten zwei Stunden gibt es wie immer jeden Donnerstag moderne Musik für moderne Menschen. Diesmal unter anderem mit MOA Joy and Pain im Dimitri vom Paris Instrumental Super Spezial Remix. Läuft hinten schon im Hintergrund. Es gibt eine neue von Musti, der Oh Song. Schade, dass es wieder mal kein KISS TV gibt, dann könnte ich euch nämlich dieses wunderschöne Cover zeigen. Musti mit 13 Jahren und seine Mutter auch noch mit drauf. Very nice to see. Und es gibt auf vielfachen Wunsch, wenn man dann so heftig mit Mails und Faxen überfallen wird, dann kann man dem schlecht widerstehen. Dann nochmal Nights over Egypt im Cognito. Und ich versuche natürlich auch, das habe ich letztes Mal schon versprochen, nochmal ein Interview hinzukriegen mit Divinity. Das klappt dieses Mal nicht. Der ist immer noch in Miami. Martin Rank ist heute wieder nicht da, weil der hat sich auf den Strand gelegt, auf den Seychellen und lässt sich den Bauch bräunen. Tja, mein Bauch würde auch etwas Bräune brauchen, aber naja, gut, ist egal. Mein Name ist André Lopez und ich versuche nachher noch ein Live-Interview mit Incognito in London. Und jetzt gibt es erstmal Moa. Stay tuned, you hear it first. Nu wird ein neben und Klopika. Thus sie ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, am Telefon begrüße ich jetzt direkt live in London Jean-Paul Monique alias Bluey, Mastermind von Incognito. Und als erstes, das ist natürlich das Wichtigste, das brennt mir schon die ganze Zeit auf den Lippen, woher kommt dieser Name Bluey? Zieht er alles immer gerne blau? Ist er gerne blau? Mal hören, was er sagt. Bluey, willkommen at 98.8 Kiss FM. My name is André Lopez. Hello. And at first, I have to ask you, where is this name Bluey coming from? Bluey was a name given to me at boarding school when I arrived in England. My real name is Jean-Paul-Edouard Monique, which is a bit of a mouthful for most English people. They turned Jean-Paul into Jean-Paul or John-Paul. They turned Monique into Maonic. So, it's like I was always fighting with people. No, that's not my name. To call me by my name, you know, because I was very precious about my name. And they always teased me, because I was so precious. No, you're spelling it wrong, sir, you know. And my room leader, who I was always telling off about my name, one day just said, called me Bluey. He said, Bluey, do something or whatever. And it's like, and it just stayed, you know. It stayed with me. All the kids in the playground the next day was like Bluey. You know, it's like it just stayed in the store. One of those things overnight I got called Bluey and it stayed. Ah ja. Also, er, sein richtiger Name ist, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, Jean-Paul Monique. Und nicht irgendwie Jean-Paul Monique oder irgendwie sowas. Die Engländer haben das irgendwie nie gerafft, den Namen einigermaßen passabel auszusprechen. Das hat ihn ziemlich genervt. Deshalb hat er einfach von irgendwelchen Kiddies, die ihn einfach manchmal Bluey genannt haben, den Namen übernommen. Und somit nennt er sich jetzt Bluey. So, dann fällt uns natürlich hier in Deutschland immer wieder auf, wenn Inkognito was macht, die richtigen, super spezial tollen Sachen, also insbesondere die Sachen, die uns natürlich hier immer bei 98.8k sind, wir haben am besten gefallen. Das sind die mit Jocelyn Brown. Gibt es ein spezielles Verhältnis zwischen dir und Jocelyn Brown? Warum klappt die Zusammenarbeit immer so hervorragend? Und warum ist das, was da rauskommt? Immer wirklich so super, gummi, gut. So, a lot of time you're working with Jocelyn Brown. I think, or I guess, she's very special to you. And what is this special thing between you and Jocelyn Brown? I mean, like when Jocelyn came in and sang Always There, you know, I cried, you know. And on this record, you know, I felt like a real tingling on the back of my neck when she sang It Ain't Easy. Because, you know, it's like not many people get to hear Jocelyn singing down tempo, you know. And just really kind of like when, you know, because I knew why I wrote the words It Ain't Easy, you know. Because I was having a relationship whereby, you know, I was trying to get into this person's head. But, you know, their characters were so different to mine. I was finding it hard. But I wrote this idea. But when Jocelyn sang it, she made me even feel it even more, you know. She had that ability to convey the message. Also, Louis sagt, als er Jocelyn zum ersten Mal gehört hat, da kamen dem fast die Tränen. Und immer wieder, wenn er sie immer wieder hört, dann läuft ihm immer noch dieser wohlig warme Schauer über den Rücken. Sie ist nun mal diejenige, die in seinen Augen am besten dazu geeignet ist, die Message, die er mit der Musik transportieren will, rüberzubringen. Und dann sind wir natürlich jetzt interessiert, Jean-Paul Monique alias Bluie. What kind of music do you prefer in private? Also, was für eine Musik bevorzugst du privat? Was hörst du privat sehr gerne? I listen to a lot of, like, 70s music that is part of my old record collection. People like Dexter Wansel and Stevie Wonder and people like that. My favorite album of all time is Marvin Gaye's What's Going On? But I do listen to a lot of contemporary stuff as well. I like, very much like what's happening in certain aspects of drum and bass. I like Fotec and Latin music. Brazilian stuff, Cuban, Iroquiri, you know, stuff like that. Na ja gut, ich glaube, das brauche ich jetzt wohl kaum zu übersetzen. 70er, 60er Sound, bisschen Latin, sein Lieblingsalbum Marvin Gaye, bisschen Stevie Wonder, bisschen kubanisch, also so Südamerika-Kram, das denke ich, hört man auch ganz gut raus. Und ich hoffe, er sagt es zwar nicht, aber dass er auch wenigstens so ein klein bisschen die etwas hübschere Hausmusik hört. Nichtsdestotrotz sei hier nochmal angemerkt, er muss sie mögen, denn immerhin lässt er generell die Masterminds der Hausmusik an die Stücke dran. Und hier jetzt gleich Nights Over Egypt im Masters at Work Remix. Stay tuned for more. 98.8 Kiss FM, my name is Bluey from the band Incognito, and you're down with the funky sounds of delicious housemusik with Andrew Lopez and Martin Rank. Peace out there. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017